Der ist hinten hinten vorne. Ah, das leuchtet, ist okay. Bereit? Punkt AT! Stich zur Schulter von Medea. 1 zu 0 Architeuthis. Und das Publikum flippt aus. Ja, Punkt AT! Punkt AT! Wir brauchen noch ein bisschen ansteuern. Oder beide? Rot gegen Lila. Mann gegen Frau. Später also, der eine steht zum Verkäufer. Start AT! Start AT! Sauberer Block mit dem Gemächt von Architeuthis. 1 zu 1. Punkt AT! Start AT! Lock mit der Brust zum Schwert von Architeuthis. 2 zu Architeuthis. Die Männer, auch wenn ihr zu Hause von euren Frauen Kasala kriegt. Hier könnt ihr ohne Angst zu haben den Typ anfeuern. Bugate! Start AT! Und was hat sie mit seinem Intimbereich? Ausgleich 2 zu 2. Der nächste Treffer entscheidet. Der Treffen? Der treffe ich mich nächstens. Jetzt ist die Frage. Was ist härter? Hämst. Ihr Schwert. Machen wir mal Hämst du. Hämst. Hämst. Punkt AT! Punkt AT! Ausgleich 2. Ausgleich 3. Ausgleich 3. Ausgleich 3. Start AT! Beide treffen sich. Architeuthis sticht zum Hals. Media zum Bauch. Mein neues Ziel. Entscheidungstreffer. Punkt AT! Start AT! Der Kampf endet mit einem Schnitt zur Schulter. Architeuthis. Victor! Er hat eine riesen Fangemeinde bei den Damen.